ja die Lüder im Start die Zauberwald die meine Exe das ist ein Elbe das ist der Schwertmann du bist einer von den zwei Handsome Guys von den Homos? oh shit schnell was anderes alle meine ich bin der König, ich kann alle mir ich bin der Bartmann oh du bist der Zauberer okay der König bin ich gar nicht ich bin der Neuf haha okay hier brauchen wir wieder den Hammermann oh shit der Hammermann ist gar nicht dabei ich glaub der hier ist das ja du musst die Waffe wechseln ja das ist ja der Hammer oh man wie öfter hab ich hier schon gemacht ah genau zwischendrin reingefuckt so eine weite Fläche hier bräuchte man diesen warte mal welcher von denen ist das mit dem Erz ich töte alle oh ja Gandalf die alte Hure ja ja hast du vielleicht kurz Zeit ja wenn du zu den Trollhöhen möchtest muss ich dich enttäuschen ich wollte die Brücke reparieren aber schon beim ersten Griff habe ich mir den Rücken verrenkt das ist ganz schön peinlich ehrlich gesagt oh ja das ist wirklich peinlich wenn du es sehr eilig hast kannst du die Brücke vielleicht selber fertig bauen hallo ich bin Gandalf bist du behindert oder? ja alter wie du das so sagst und nope du baust die Brücke jetzt sofort das ist jetzt wieder dieses Gandalf was stellst du dich denn schon wieder so an du vielleicht kurz Zeit musst du dich da drauf stellen guck mir genau und dann machst du es richtig hab das gar nicht na doch da wir brauchen noch Holz hab ich es nicht? ne sieht nicht so aus wenn du zu den Trollen willst oh ja entschuldigung wenn du zu den Trollen willst wenn du zu den Trollen willst ich hab 19 als Bonus Expelliarmus Expelliarmus ich hab einfach mehr von diesen Holz finden du hast recht Brasser Erze aber wir haben gar keinen der sowieso Erze abbauen könnte tja Mensch ist ja erster reich weil das sieht aus wie ein Tor da vorne hier ist auch an seiner Seite ein Tor ja kann man da rein ich such weiter nach Holz Holz geöffnet sich wenn man da rangeht wie kann ich bei dir was sind wir denn hier ist da nach einer Falle aus ziemlich fallig da ist ein Tor soll ich mal zu dir kommen ja du kannst einfach einen Charakter von mir wählen hier sind das alle da naja stimmt da hinten muss man irgendwas machen angeln vielleicht was ist das für ich habe mich hier drauf gestellt damit du da durch kannst irgendwie müsste ich da durch können Ich glaube ja draufstehen eigentlich. Oder löse ich die Falle damit aus? Ich checke es nicht. Die wird dadurch erst ausgelöst, kann das sein? Geh mal runter da am besten. Nee, die gehen halt erst dann runter, wenn überhaupt einer draufsteht. Also die ganze Zeit oben. Weil ich versuche mit dem Hammer dieses Ding da rüber zu schieben vielleicht. Ja, ich geh jetzt mal runter. Warte, 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 warte. So, ich muss mich doch hier hinten einfach draufstehen, oder? Warte mal, ich geh jetzt noch mal drauf, dann gehst du in die Mitte. Genau, genau, das ist so eine Plattform da hinten. Nee, nicht in die Mitte, sondern da hinten. Genau, in der Mitte ist nur eine Plattform. Ich kann mich auch nicht bewegen. Warte, warte. Ja, jetzt war's noch. Ja, egal. Wir haben das Rätsel gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Blau und schlau gelöst. Oh, ja. Ah, da ist dieses Ding was verbrauchen da hinten. Ja. Lass uns gemeinsam gehen, Bruder! Jawoll! Lass mal los, weil ich komme von alleine nämlich nicht raus. Oh, Mann. Ich finde die Move echt ziemlich geil. Das ist auf jeden Fall was. Ja, du kannst den schlau gelöst. Jetzt hauen wir mal. Jauuuuuuu! Alles nur für diesen Müll weißen Steinen, bringt uns auch gar nichts zu? Genau. Wir brauchen wohl diese weißen Steinen, die sind wichtig. Okay, jetzt war es das ja eigentlich. Ah, ich bin gerade. Ich bin der Homo! da brauchen wir den Schlüssel also wir müssen jetzt noch Holz finden und den Schlüssel das ist jetzt unser nächster Job einfach mal alles gut zu einschlagen oh da geht es eigentlich noch ein ganzes Stück weiter vielleicht finden wir dahinter da kann man mit ihm nicht sprechen vielleicht hat der kein Holz dabei hey du Holzmann bei meinem Bart würde jemand bitte dieses Ding mit mir tauschen aber in Ordnung zieht Dauertsdatz aufstehen das ist das was sind es dort sind es ist einfach wenn man zu lassen also spiege mir ein Trash ich weiß es nicht definierst das hier von Wikipedia ein bisschen übersteht jemand starten eine Art Blablabla was hat er dann der Willstablos Er will starb, ja. Guck mal, das ist hier im Käfig. Sieht aus wie Schinken. Das ist ein Schwein. Warte. Kannst du mit dem Schwein tauschen? Das sah Alben so aus. Reiten! Juhu! Heu, 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 heu! Wie geil ist das? Nein! Hat dir das Schwemm ausgelöst? Wo ist es denn? Weiß nicht. Gehen wir mal in das Dorf, das ist, das ist bre. Aber da können wir vielleicht keiner an Stab dabei? Habe ich keinen an Stab dabei? Ne, wir müssen nicht in Stab, glaube ich, dass ich finde, er. Hier ist auch schon wieder jemand, der uns fährt. Oh, das sieht aber gut aus. Wo ist der? Mein Mann bestand darauf, in der Schindel bei der Wetterspitze nach Schmiedematerial zu graben. Er ist Schmied, weißt du? Aber er ist jetzt schon schrecklich. Er ist zu schwule, jetzt sind noch eine Transe, jetzt geht's hier aber los! Lego! Bitte! Das ist nur mit euch geschehen! Ich kann den Laden erst öffnen. Hübsche Frau, das war schon. Ja gut, na manche, manche sollen da auch stehen. Ja, das war mit dem Alter, man. Man hat nämlich immer genug Geld für Gillette und alles sowas. Ja! 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 Das war's mir! Danke für das Sponsor. Dieser Mann knabbert kauern Karotten. Dieser, als hätte er überhaupt keine Sorgen. Aber wir waren nur Holzbretter irgendwo. Als hätte er überhaupt keine Sorgen. Ich werde irgendeinem Seil gefunden auf jeden Fall. Wie ist die Tür? Ja! Weißt du, wie viele Holzbretter wir haben? Sechs Stück brauche ich noch. Warte, hier geht's rein, in den Laden. Hast du vielleicht kurz Zeit? Ich bin der aus der Scheiße. Es gab neulich einen kleinen Zwischenfall. Jemand hat versucht, ins Haus einzubrechen. Und gilt es natürlich für eine gute Idee, durch den Schornstein zu kommen. Das war der Weihnachtsmann. Der Halunke hat nichts gestohlen. Aber den Kamin hat er zerstört. Ich bin handwerklich nicht sehr begabt. Also würde ich gerne jemanden dafür bezahlen, mir einen neuen zu bauen. Jetzt brauchen wir noch drei Holz. Ja, gut. Okay. Ich habe elf Karotten. Zum Bauen finde ich schlecht. So, dann. Lauf die. Als hätte er überhaupt keine Sorgen. Wenn er mir nur einen Sohn schmieden könnte, der nicht so faul ist. Das ist wieder mit der Kette. Ja. Was ist denn da noch Holz? Wo ist denn der Ketten, man? Wo ist denn der Ketten, MEN? Ja, das kann ich mir nicht mehr.. Boah, er ist ja einer von den Zwergen. Dann ist die sexy Lady. Die vorne müsste noch die Kamin reparieren. Es gibt Kohle, hat er gesagt. Hast du vielleicht kurz Zeit? Ah, hier sind noch Bretter. Jetzt haben wir genug Bretter. Ja, okay. Ich möchte hier wirklich mal zurückgehen. Warte kurz, warte kurz. Ja. Hast du vielleicht kurz Zeit? Oh shit, der ist tot. Weil eigentlich müsste man ja hier ganz normal das einfach bauen können. Du baust bestimmt die Rohstoffe. Okay, die haben wir ja anscheinend nicht. Guck mal, in welches Haus bist du dabei, denn das denn? Nee, nee, geh mal rechts, geh mal rechts rum. Geradeaus. Ja, nein, ich dachte aber jetzt. Geh weg, lass mich drüber. Wo ist er? Mein Mann bestand darauf. Da vorne ist schon die Tür. Ja. Da läuft so lange. Wohin jetzt? Da, jetzt legen sie die Tür rein. Ah, da ja. Genau. Jetzt schauen wir mal. Wo ist das mit da? Da. Ich weiß nicht, ich glaube wir haben noch nicht die richtigen Items dafür. Ah. Oh, steht hier aber unsere Bretter, wer verkauft. Und es fehlen noch viel mehr Items. Das sind unsere zusammen oder sind das, was du gesammelt hast? Was ich gesammelt habe, ist ja die Frage. Gute Frage, versuch du mal. Geh mal mit B dahin an die Seite, wo ich grad war. Ja. Ja, da hatten wir beide grad. Also hatte ich auch sieben. Ja, genau. Anscheinend. Geh mal mal über die Brücke und guck mal, ob wir irgendwo was finden. Genau. Weil das haben wir jetzt winzig fertig. Ja, da. Warte kurz. Hier öffnet sich wieder. Ich hab' mein Zeug gefunden. Fisch hab' ich gefunden. Fisch hab' ich gefunden. Ich darf grad alles kurz und klein. Ich raste raus. Und Pirotten. Loll. Ja. Den Eingriff auf meine Achse genommen. Ja, auf meinen Hammer. Und dann einfach das Ding schleudert. Wie ein wild gewordener Affe. Der darum geht, alles zu klein zu hacken. Durchaus auch die Menschen. Ja, der kommt aus mir auch raus. Endlich viele Karotten und Holz. Nein. Das ist jetzt 51 von 25. Aber jetzt. Wir glaub' wir haben genug Holz. Ja. Sollen wir zur Brücke gehen? Ja. Denk ich mal schon. Wie so weit es sinnvollste war. Ich glaub' Also wir müssen ja immer noch einen Schlüssel finden. Und die Rohstoffe, um dem seinen Kamin wieder ganz zu machen. Ok, war da. Wo war der? Ich war ein bisschen eher in der Richtung, oder? Wir müssen da lang. Ja, wir müssen zurück. Du läufst hier richtig in die Richtung, wenn du richtig schauen würdest. Du bist hinter mir, ja. Ich bin schon da. Wie konntest du das Schwein rauchen? Y. Ne, das ist krass. Charakter. Wo ist der voll, Y. Voll im Schwein. Du hast ne Schaufel. Ne Schaufel, weil da geh mal da hin. Hast du, hat irgendjemand ne Schaufel von uns? Da kann man irgendwas machen. Guck mal, der eine da, der hat ne Schaufel. Ja. Da bin ich jetzt einmal gespannt. Ne, der hat nur Geld aufgesammelt. Oh, wie der läuft. Der eine. Haaa. Soll ich ausgestreckt. Oh Mann. So, ich bin bei der Brücke. Ok, perfekt. Ok, Trash. Stehen wir uns zur Herausforderung. Das ist das Kleine. Das Eckstück da? Man weiß immer nicht, welche Farbe man ist. Ja. Vor allem weht es auch immer so komisch aus. Weht immer eins daneben aus. Ja, ich bin das Blaue. Da. Jetzt weiß ich, wie jetzt irgendwelche Farbe ich bin. Ich weiß auch, was ich klicke. Nein. Mensch, Trash. Du hast es falsch gemacht. Ich bin Blaue. Nein, ich war links. Nein. Jetzt können wir uns dann nachher nochmal in der Slow-Mo anschauen. Ja, dann schauen. Hey, da. Nein, das ist das. Oh, das ist das. Nein, das ist aber falsch. Also, ich gucke immer, dass ich grün bin. Gott. Verführen. Ja, da haben wir es wieder mal. Oh, das ist eine. Glückchen. Elephant. Ein Elephant. Ein Elephant. Bei dir sah das wie ein Kinderspiel aus. Ja. Schau mal wie der Tanz mit deiner Mama. Aber das ist nicht wichtig. Dank dir gibt es wieder einen Weg zu den Trollhöhen. Trollololololololololololololololololololololololol. Ich wurde im Voraus bezahlt. Aber es ist nur fair, wenn du das nimmst. Voraus bezahlen oder nichts arbeiten? Ja. Kann ja nicht wahr sein. Ein Stein bist ja behindert. Und sich fetter übersoren lassen. Halt. Halt. Die Gemeinschaft suchte in den Ruinen eines Bauernhofes Schutz für die dive. Ist ja fast schon open world mäßig, oder? Da ist eine Aufgabe. Da ist eine Aufgabe. Ich glaub das Wagner ist nur eben Sidequests, die wir hätten machen können, Um halt alles so um 100% erreichen zu können, dann ist das wieder. Die Rollen, ne echt, ey. So, was ist das? Klötzchen. Wir schlagen hier unser Nachtlager auf. Okay. Oh nein, jetzt weiß ich was gleich kommt. Oh, nicht. Totengopf! Das ist so gruselig. Wir könnten zum verborgenen Tal reichen. Gruselig. Wir haben eine Karte, die wir nicht lesen können. Herr Elrond könnte uns helfen. Könntest du nicht lesen? Ich brauche keinen Rat. Über 90 Millionen Menschen in Legoland können nicht lesen. 90 Millionen in Deutschland, ähm. Wo willst du hin? Es waren genug Zwerger für einen Tag. Ja, kleine Menschen sind doof. Na ja, hab ich auch gehört. Soll vor allem sehr unattraktiv sein. Ja. Zu gut. Oh ja. Was ist los? Trolle. Oh nein. Oh nein. Die essen ganze Wärtchen. Trolle. Johohoho. Nein. Nein. Abgelehnt. Sie werden sie fressen. Wir müssen was unternehmen. Als unser verbürgter Meisterdieb, könntest du der Sache doch nachgehen. Ich hab keine Angst. Ich bin bereit. Ist das wirklich so eine gute Idee? Hier passiert nichts. Wir sind direkt hinter dir. Okay. Wir sind im Schleichmodus voran. Das wird ihnen keiner handeln. Ganz unnötig würde ich alles zerschlagen. Ne Rolle. Oh. Oh. Verrät uns. Verpiss dich. Was ist denn das? Du hast schon voll den Topi-Sound. Guck mal. Nicht zeigen, nicht zeigen. Pass auf. Bist du jetzt mit dem Bogen, ne? Dann musst du auf das Ziel erschießen. Was ist denn immer dreimal schießen, bevor er trifft? Was ist das? Was ist passiert? Nicht auf die Pferdchen schießen. Guck mal, wo es weiter geht. Hör auf, um die Trolli zu schießen. Ist ja an versehen. Ich will eigentlich nur das Ding an. Ja, ja, ja. Da guckst du jetzt hin. Ich hoffe, dass die Trolli richtig aus ist. Die stinkigen Teile mag ich nicht. Ganz unauffällig. Okay, in die Richtung können wir offensichtlich nicht, weil die da hinschauen. Dann tun wir uns ja eine Rollbewegung mit fortbewegen. Ist das Scene-Style? Rollin. They see me rollin. Warte, dass wir schon wieder zusammengehen können. Warte mal. Warte mal, Trish. Mach mal nichts. Ich will nicht mit dir zusammengehen. Komm jetzt her. Na, nimm dir einfach den anderen welchen. Du schmachtel. Das geht aber nicht. Du kennst das bloß nicht. Guck dich. Ich zeig dir, dass es geht. Na, komm hier. Nee, es geht nicht. Wir müssen hier was bauen. Wir müssen hier noch einiges kaputt schlagen. Wir müssen hier noch was bauen. Ja. Da liegt immer das Teil auf dem Boden. Zum Goldbörlern. Irgendwas? Ist da drüben noch irgendwas? Ah da hinten kann man lang. Bis zum nächsten Mal.